Hi, ich bin Niki. Ja, heute bin ich endlich mal wieder zu einem Gig unterwegs. Es ist eine Weile her, aber der Sommer ist vorbei und mein Hänger schon wieder im Einsatz. Heute spielen wir Hochzeit bzw. morgen. Heute wird aufgebaut und ich habe verdammt viel neue Technik am Start und ich dachte mir, das lohnt sich mal wieder ein Video zu machen. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit für den Aufbau und dann gibt es das nächste Video beim Gig. Helische Unterstützung jetzt vom Wubwub mit den hübschigsten Augen der Welt. So Freunde, ich sitze fast im Dunkeln. Ich steuere fast das Licht selber. Es kommt, klar, nicht. Dann die Position. Ich bin fertig. Aufgebaut ist PA, KS und ja, neue Lüfte, neue Moringhands und ein bisschen Clewimps da oben und ein bisschen Ambiente Light. Bin ich sehr stolz drauf und die Bühne schaut auch gut aus und ich würde sagen, wir sind ready für den Glück morgen. Ja und so schaut das Ganze aus, wenn alles endlich aufgebaut ist und eingerichtet ist. Wir spielen morgen zu dritt im Hochzeitstrio und ich freue mich schon sehr.